Dieser neue Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 8,0 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. 1 1 2 4 5 Bis zum nächsten Mal.